nabend so meine lieben ich habe die woche ein video veröffentlicht mit dem titel fehler und schwächen als musiker zugeben fragezeichen und ich kann natürlich nicht wasser predigen und weinen saufen deswegen habe ich für euch heute den schönsten verkack herausgesucht den ich persönlich aufgenommen habe beim konzert ich spiele euch jetzt das direktsignal vor vom klippmikrofon schon ein bisschen her und ja was soll ich sagen viel spaß wunderschön toll und zwar die ganze zeit musste ich umspielen und dann musste ich in die tiefe und dann kam halt nichts mehr raus und beim konzert man es wahrscheinlich überhaupt nicht gehört weil es halt wie gesagt relativ leise war aber ich habe dann natürlich das direktsignal und danach ging es dann einfach wieder in der mittel oder in der hohen lage weiter und da ging halt nichts mehr ja noch mal weil es so schön war herrlich wenn ihr auch solche aufnahmen habt die ihr mir vielleicht zur verfügung stellen wollt dann schickt mir die doch einfach weil dann bastle ich nämlich mal so ein schönes video zusammen mit den witzigsten failures sozusagen ich würde mich sehr freuen macht's gut bis dahin euer manuel tschüss